Ich bin jetzt seit vier Jahren dabei und auf jeden Fall die mentale Betreuung. Ich finde, dass es sehr wichtig ist für einen Sportler und den hat man bei Jump'n'Reach auf jeden Fall. Und zum anderen die sportliche Betreuung. Da haben wir zum Beispiel mit unseren Physios individuelles Training und auch Leichtathletik und das war für mich jetzt sehr wichtig. Da habe ich mich super weiterentwickelt. Die Gespräche, weil ich brauche das eben als Sportler. Wenn mir irgendwas am Herzen liegt oder mir irgendwas nicht so passt, dann gehe ich eben zum Patrick und komme mit ihm über das reden und diskutieren.